Begeben Sie sich mit mir auf eine faszinierende Reise durch den Kosmos, auf der Suche nach uns selbst. Ich lade Sie herzlich ein, sich mit einer modernen Sicht auf das Leben vertraut zu machen. Ich-Wahn ist das derzeit größte Hindernis für Frieden. Drei außergewöhnliche Wissenschaftler, aber eine gemeinsame Botschaft. Wir sprechen oft von Zweien, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht zwei sind. Eigentlich müssen wir nur eine ungewöhnliche Annahme machen. Entwickeln Sie ein Gespür für das, was Ewigkeit ist. Gehen Sie dem freien Willen auf den Grund. Und erfahren Sie den großen Unterschied zwischen Glück haben und glücklich sein. Lösen Sie eines der spannendsten Rätsel der Philosophie und übertragen Sie Ihre Erkenntnis auf die gesamte Schöpfung. Denn nichts ist so wertvoll wie eine Erkenntnis, die in uns selber wächst. Schöpfung Die schöpfung Die schöpfung Die schöpfung Die schöpfung Entwickeln Die schöpfung Die schöpfung Das kann man nicht genauer anordnen, Entwickeln Die schöpfung